Meine Eltern sind auf Asienreise, in China und in Japan. Statt Mallorca, damit zeigen sie ihre Weltoffenheit. Und meine Schwester und ich haben vier Wochen Ruhe. Du hast wohl keine Lust mehr, dich zu unterhalten. Ich habe keine Lust mehr, dich zu unterhalten. Oh mein Gott. Er ist tot, Peter. Auch wenn du mir die Verantwortung gibst, die letzte Sicherung hätte nicht gehalten. Sie hat uns gehalten. Legst du es darauf an, jetzt darüber zu reden? Von mir aus? Du hättest es versuchen sollen. Er wusste auch, dass sie nicht hält. Wie sollte er das wissen? Wir waren sein Leben, Peter. Er ist in den Tod gegangen, weil er verhindern wollte, dass uns etwas passiert. Wir hätten dasselbe für ihn tun sollen. Ich habe getan, was ich für richtig hielt. Und wieso hast du danach nie wieder einen Berg bestiegen? Wieso hast du nie seinen Grat besucht? Ich steige nicht wegen der Fernsehsendung darauf, Peter. Ich tue das für ihn. Ich will die Tochter sein, die er sich immer gewünscht hat. Und weißt du was? Wenn ich auf dem Gipfel stehe, dann fühle ich mich ihm nahe. Verrühre seine Seele. Sei vorsichtig da oben. Scheiße. Das bringt Glück. Morgen, Karl. Morgen, Arne. Morgen, du. Heute klappt es bestimmt. Morgen. Morgen. Wieder nichts. Wie war das eigentlich bei dir und deiner Frau? Ich bin zu ihr hingegangen und habe gesagt, hallo, ich bin der Karl. Hallo, ich bin Anne. Erhöhen Sie Ihren Dow Chain Index. Der Geheimcode für Ihren Traummann. Who are you talking about, you two? Just, just the kid we met. Ich bin, ich bin, ich bin aus. Wie war das, aber ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Wer ist hier. Ow, ich bin. All right. Und da ist. Ich bin, ich bin, ich bin dritter und da. Untertitelung des ZDF, 2020